Dann rufe ich auf den Punkt 11, Bericht des Petitionsausschusses. Zweiter Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend Tätigkeiten der 20. Wahlperiode, Berichtszeitraum 2020, Drucksache 2051-13. Zunächst hat die Vorsitzende das Wort, Kollegin Manuela Strube. Bitte sehr, ist das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen heute den Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses für das Jahr 2020 vorlegen. Gleichzeitig feiern wir diesem Jahr Jubiläum 50 Jahre Petitionsbericht hier im Hessischen Landtag. Die Feierlichkeiten dazu erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist der zweite Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses in dieser Wahlperiode. Der Bericht wurde exklusiv für Sie vom Petitionsreferat übersichtlich erstellt. Ich glaube, Sie haben ihn auch sicherlich alle gelesen, hoffentlich auch ausführlich. Deswegen möchte ich gleich an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen. Danke an Frau Engelhardt, die gerade reingekommen ist. Danke an die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsreferat, wahrscheinlich im Livestream. und danke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien. Ich sage ganz einfach Danke für die grenzenlose Arbeit. Es ist nicht immer einfach mit uns. Wir sind sehr anspruchsvoll geworden. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Mitarbeit dort an dieser Stelle sehr gut läuft. Ich glaube, wir Abgeordneten wären das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch sicherlich aufgeschmissen gewesen, wenn wir nicht das gute Petitionsreferat hätten. Das Jahr 2020 ist natürlich nicht spurlos an der Arbeit im Petitionsausschuss vorbeigegangen. Wir haben uns mit den Petitionen auch gesteigert. Wir hatten im vergangenen Jahr 1.421 neue Petitionen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr etwa 50 % mehr Petitionen. Diese Steigerung ist natürlich einerseits der Covid-19-Pandemie zuzuschreiben, andererseits aber auch ein gutes Zeichen für die gesteigerte Sichtbarkeit dieser wichtigen und bürgernahen Institutionen. Die Petition ist nach wie vor die niederschwelligste Beteiligungsform und aktiven Politikbetrieb im Hessischen Landtag. Gerade durch diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern war der Petitionsausschuss im vergangenen Jahr vor die besonders herausfordernde Aufgabe gestellt worden, den ständigen Austausch mit den Petentinnen und Petenten aufrechtzuerhalten. Ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir diese Aufgaben gut gemeistert haben. Die 19 Mitglieder des Petitionsausschusses, fast paritätisch besetzt, davon 8 Frauen und 9 Männer, haben im Jahr 2020 8-mal getagt, um sich mit den eingegangenen Petitionen zu befassen. Die Themen dabei werden immer komplexer und sehr vielfältig. Und wir waren natürlich auch fleißig. Wir haben 962 Petitionen abschließend behandelt, und das waren auch etwa mehr, also vorher ungefähr 58 %. Von diesen abgeschlossenen Fällen konnten 17 positiv oder teilweise positiv erledigt werden. Und auch hier konnten wir eine Steigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr feststellen, was mich sehr freut. Die Mehrheit der Petitionen, etwa 49 %, wurden als neutral abgeschlossen. Darunter fallen zum Beispiel Petitionen, für die wir einfach nicht zuständig sind, die zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag abgegeben worden sind oder andere deutsche Landtage. Das ist noch ein bisschen das Problem. Wer ist eigentlich für das Anliegen zuständig? Und nach Sach- und Rechtslage abgeschlossen wurden ca. 33 % der Petitionen. Für die Petentinnen und Petenten bedeutet dies, dass wir dem Anliegen nicht entsprechen konnten. Das ist aus Petentensicht manchmal sehr schade. Aber auch wenn wir dem Anliegen nicht nachkommen konnten, ist es doch Beleg dafür, dass die Mehrzahl der überprüften Behördenentscheidungen nicht zu beanstanden war und die kritisierten Entscheidungen auf Grundlage von Recht und Gesetz getroffen worden. Ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und es ist nicht unsere Aufgabe des Ausschusses, die Dienstfach- oder Rechtsaufsicht auszuüben. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, in solchen Fällen eine vermittelnde Aufgabe zu übernehmen und auch verständliche Art und Weise die teils komplizierten Verwaltungsfahnen zu erläutern. Und das würde ich mir auch noch mal von den Ministerien wünschen, dass man, wenn man einen Bescheid erstellt, den noch mal in einfacher Sprache erstellt, sodass der Petent das auch versteht, was in diesem Bescheid drinsteht und im Anschluss nicht noch mal anruft und sagt, was bedeutet das eigentlich. Was waren eigentlich die Eingaben? Ich hatte es eingangs gesagt, der größte Anteil an Eingaben stand im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Diese häuften sich besonders in den Monaten, in denen durch das Corona-Kabinett neue Maßnahmen beschlossen wurden. Und dabei handelte es sich oftmals um Öffnungen oder auch Schließungen. Natürlich hatten wir auch noch andere Themen als Petitionen. Beispiele hierzu können Sie selber im Petitionsbericht nachlesen. Natürlich gab es im Jahr 2020 auch aufenthaltsrechtliche Petitionen. Diese haben sich im Bearbeitungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Und der Anteil betrug in 2019 noch 24,8 % und in 2020 waren es nur 12,2 %. Bedingt ist dieser Rückbank hauptsächlich von zwei Faktoren. Einerseits haben die Sonderregelungen im Bereich der Visa-Verlängerung sowie fehlende Flugverbindungen für mögliche Abschiebungen, bedingt durch die Covid-19-Pandemie, für eine Verringerung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gesorgt. Andererseits spüren wir hier die Auswirkungen des eingeführten Migrationspaktes, welcher zu vermehrten positiven Entscheidungen in Fällen einer Beschäftigungsgüldung geführt hat. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Herkunftsländer nicht wesentlich verändert. Die meisten Petentinnen und Petenten kamen aus Pakistan, der Türkei, Marokko und dem Iran. Es ist jedoch ein Anstieg von Anträgen von Menschen mit serbischer Staatsbürgerschaft zu verzeichnen. Wie auch 2019, ist auch 2020 ein weiterer Abfall von aufenthaltsrechtlichen Petitionen der sogenannten Dublin-III-Verordnung zuzuordnen. In diesen Fällen liegt weiterhin keine hessische Zuständigkeit, sodass die auch an den Deutschen Bundestag abgegeben wurden. Ich möchte heute aber noch mal ein kleines Wort darüber verlieren über mehrfach Massen- und Sammelpetitionen, die ja auch bei uns auf der Homepage des Hessischen Landtags veröffentlicht werden. Während Einzelpetitionen überwiegend ein persönliches Problem zum Thema hat, greifen mehrfach Massen- und Sammelpetitionen oft ein Anliegen von grundsätzlicher, gesellschaftlicher oder regionaler Bedeutung auf. Im Berichtszeitraum waren das 25 Petitionen insgesamt. Ich möchte Ihnen hierfür einige Beispiele nennen. Das war Spitzenreiter, die Freigabe der NSU-Akten. Damals noch 67, 268 Unterschriften. Die sind mittlerweile bei 90.000. Dann der Böllerverbot in der Nähe von Reitstellen und Pferdeweiten. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Es sind 40.000 Unterschriften mitgezeichnet. Bürgerbeteiligung in der Corona-Krise mit 17.000. Öffnungen der Kitas mit 13.000. Und Hessen braucht ein Konzept für den Unterricht und die Pandemiebedingungen mit 12.000. und die vollständige Öffnung der Kitas mit 3.000. Das nur mal so, dass es auch viele Menschen bewegt. Im vergangenen Jahr hatte ich dazu berichtet, dass es immer ein bisschen unverständlich ist, wer ist eigentlich zuständig. Und ich hatte auch angekündigt, dass Frau Engelhardt und ich zur Vorsitzenden Tagung nach Dresden fahren. Das haben wir auch getan. Das hat auch tatsächlich stattgefunden. Und dort habe ich zwischen allen Bundesländern und dem Bund dafür geworben, dass wir eine gemeinsame Plattform schaffen und damit quasi den öffentlichen Petitionsplattformen den Kampf ansagen. Und ich kann Ihnen heute berichten, dass ich das mit Erfolg gemacht habe. Wir haben eine einstimmige Lösung hinbekommen. Der Bundestag hat jetzt den Auftrag bekommen. Und letzte Woche ging die Zwischennachricht ein, wo man dann noch seine Ideen mit einbringen konnte, sodass das, glaube ich, auch auf einem guten Weg ist. Und es soll so sein, dass es eine Deutschlandkarte gibt, wo man dann anklicken kann, welches Bundesland und welches anderen. Und wie Sie alle wissen, ist das Herzensthema von mir unsere Öffentlichkeitsarbeit. Die haben wir sehr vorangebracht. Es freut mich, dass trotz der erschwerten Bedingungen eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden konnte. Weil die Öffentlichkeitsarbeit ist in unserem Ausschuss eine zentrale Aufgabe und dient auch dem Ziel einer steigenden Partizipation am politischen Prozess. Und ich finde, Hessens Bürgerinnen und Bürger müssen immer mehr wissen, was wir eigentlich in diesem runden Raum hier machen, was in den Ausschüssen passiert und mit was wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Und wenn auch einige wichtige bürgernahe Veranstaltungen schmerzlich ausfallen mussten, wie zum Beispiel der Hessentag für uns alle, war zum Beispiel in Bad Vilbel, konnten dennoch 14 Bürgersprechstunden durchgeführt werden. Die fanden vor dem Lockdown im vergangenen Jahr nur physisch statt. Und danach haben wir das rucki-zucki auf Telefonsprechstunden umgestellt und in einem weiteren Schritt auf Videosprechstunden umgestellt, was auch sehr erfolgreich war. Weil, wenn man sieht, aus diesen 14 Sprechstunden resultierten weitere 70 Gesprächstermine und am Ende hatten wir 26 Petitionen dort raus oder hatten aber auch die Anliegen ohne eine Petition klären können. Um den Mitgliedern des Petitionsausschusses die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild über die geschilderten Sachverhalte zu machen, konnten gerade noch sechs Ortstermine stattfinden. Einige Ortstermine mussten leider ausfallen. Und wenn es jetzt quasi wieder erlaubt ist, werden wir die schnellstmöglich nachholen. Dann haben wir noch zwei wunderbare Broschüren. Die habe ich, glaube ich, Ihnen letztes Jahr schon gezeigt. Und dann kamen im vergangenen Jahr noch die Kinderbroschüre über die Kinderpetitionen hinzu, was mich an der Stelle sehr freut. Darüber hinaus haben wir noch einen wunderbaren idyllischen Imagefilm gedreht. Ich weiß gar nicht, wo Frau Walter ist. Die war dabei. Den kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Ich glaube, dafür ist keine Technik vorhanden hier. Und den können Sie aber dann vielleicht in der Mittagspause sich angucken. Und was ich auch sagen kann, beim Hessentag hatten wir immer ein Planspiel mit Schulen. Das musste auch ausfallen. Aber am kommenden Montag machen wir dieses Planspiel, glaube ich, bei Zoom oder WebEx mit der Philipp-Reiß-Schule in Friedrichsdorf. Der Herr Menn war im Petitionsreferat als FSJler und hat sich darum gekümmert. Deswegen auch noch mal ganz herzlichen Dank an Herrn Menn. Und am Montag schalten wir uns mit den Schülerinnen und Schülern aus dem Politikleistungskurs digital zusammen und führen dann in verschiedenen Räumen unser Planspiel durch. Und wir haben im Bereich, finde ich, für unseren Bereich eine gute Homepage. Und ich glaube, das kann sich alles sehen lassen. Für die Zukunft haben wir auch noch einiges uns vorgenommen. Jetzt nach der Kommunalwahl war die Idee in der Vorprüfungskommission, dass wir diese beiden Petitionen mal an alle hessischen Städte und Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte versenden werden, um dort auch noch mal auf das Petitionsrecht aufmerksam zu machen und dort an der Stelle immer wieder Rückfragen sind. Und wir werden ein neues Veranstaltungsformat einführen. Wir werden hessenweit Informationsveranstaltungen über das Petitionsrecht einführen und fahren dort durch Hessen, verknüpft mit der Bürgersprechstunde, im Anschluss noch eine kleine Informationsveranstaltung. Und Sie sehen, wir werden nicht müde. Wir haben noch viele Ideen und uns kommt jedes Jahr eine neue Idee hinzu. Aber ich habe noch zwei Wünsche an Sie. Zum einen, dass wir den positiven Trend der Steigerung der Sichtbarkeit des Mittels der Petitionen für die Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. Und zum anderen, machen Sie Werbung für dieses wunderbare Recht. Das sage ich, glaube ich, jedes Jahr. Es muss wirklich so sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in Hessen weiß, dass es dieses Recht gibt. Und ich glaube, wir können damit gut Verschwörungstheorien und öffentlichen Frust mit mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung entgegenwirken. Zum Schluss, das habe ich vorher nicht vergessen, möchte ich mir auch noch ganz herzlich für die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss bedanken und in der Vorprüfungskommission. Und ich möchte auch noch mal Danke sagen für die konstruktiven Runden innerhalb der Vorprüfungskommission an der Erarbeitung eines gemeinsamen Petitionsgesetzes. Es gibt jetzt noch einen kleinen Knackpunkt, aber ich glaube, den können wir dann auch noch klären. Und dann denke ich, dass das Gesetz demnächst in die erste Lesung im Hessischen Landtag kommt. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für den Bericht des Petitionsausschusses und Ihnen und allen, die daran mitwirken, parlamentarisch und auch in der Verwaltung. Ein herzliches Wort des Dankes für die Arbeit, die Sie für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes leisten. Applaus Dann eröffne ich jetzt die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Pürsien. von der FDP-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Petitionsbericht spiegelt in beeindruckender Weise wider, was die Menschen in unserem Land bewegt, was sie belastet und vor allem, was sie als ungerecht empfinden. Wenn ein Anliegen zur Zufriedenheit der Petentin oder des Petenten gelöst werden kann, bin ich als Ausschussmitglied glücklich. Doch ich will nicht verhehlen, dass es auch Fälle gibt, die mich mit einem unguten Gefühl zurücklassen. Dann, wenn wir nichts für die Petentin oder den Petenten erreichen konnten, trotz nachvollziehbarer Beschwerde. Ich möchte ein Beispiel aus jüngerer Zeit kurz skizzieren. Die Stelle eines Studiendirektors an einer Schule ist neu zu besetzen. Ein Lehrer bewirbt sich, der Bewerber ist geeignet für diese Stelle, seine dienstliche Beurteilung ist etwas besser als die seines Mitbewerbers, doch er unterliegt im Auswahlverfahren. Er klagt und gewinnt den Prozess, weil das staatliche Schulamt nicht ausreichend dargelegt hatte, warum der andere Bewerber besser geeignet sein sollte. Doch statt seine Entscheidung zu korrigieren, bricht das staatliche Schulamt das Ausschreibungsverfahren ab und schreibt die Stelle neu aus. Es begründet diesen Schritt mit der inzwischen langen Verfahrensdauer. Drei Jahre waren bis zu diesem Gerichtsurteil vergangen. Der erfolglose Bewerber klagt erneut, diesmal gegen den Abbruch des Ausschreibungsverfahrens, und verliert den Prozess. Denn der Abbruch des Ausschreibungsverfahrens der Schulleiterstelle ist rechtens und gehört zum sogenannten Organisationsermessens eines Schulamtes. Das Verhalten des staatlichen Schulamtes ist damit gesetzeskonform. Das muss der Petent und ich selbst als Berichterstatter dieser Petition zur Kenntnis nehmen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Petition mit dem Beschluss der Sach- und Rechtslage erfolglos abzuschließen. Doch der Fall hinterlässt ein Geschmäckle. Es wird deutlich, dass hier mit einer gewissen Raffinesse, einem Ausnutzen aller rechtlichen Möglichkeiten, der Sieg davongetragen und eine offensichtliche Ungerechtigkeit zementiert wurde. Solche und ähnliche Petitionen hinterlassen ein ungutes Gefühl, eine gewisse Frustration. Doch daneben gibt es natürlich auch viele Fälle, die einen Berichterstatter auf die eine oder andere Weise positiv begleiten oder teilweise manchmal auch vollständig lösen kann. Dafür lohnt sich das Engagement in diesem Ausschuss. Die vielfältigen Anliegen im Petitionsausschuss sind immer wieder auch ein Brennglas für größere gesellschaftliche Themen und politische Entwicklungen, die für einzelne Bevölkerungsgruppen zu Problemen führen. Das haben wir alle im letzten Jahr sehr stark wahrgenommen. Immer mehr Petitionen wurden zu den Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingereicht. Der Petitionsbericht hat dazu schon eine Reihe von Beispielen gegeben. Ich gehe davon aus, dass uns diese Thematik noch lange beschäftigen und zugleich offenbaren wird, an welchen Stellen es zu Fehlentwicklungen und Versäumnissen gekommen ist. Petitionen, die deutlich machen, wo und in welchem Umfang Menschen, die besonders von der Pandemie betroffen sind, nicht die Unterstützung erhalten haben, die ihn zustand oder die sie zumindest erwartet haben. Zum Schluss möchte ich mich noch herzlich bedanken bei der geschätzten Vorsitzenden Kollegin Manuela Strube, bei den Obleuten und Mitgliedern des Ausschusses. Wir können als Abgeordnete darauf vertrauen, bei allen auftretenden Fragen von kompetenter Seite beraten und immer freundlich unterstützt zu werden. Dafür möchte auch ich mich heute sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates bedanken. Sie erleichtern uns die Arbeit in diesem Ausschuss und tragen dazu bei, dass wir sehr effizient die Fülle von Petitionen bearbeiten können. Herzlichen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung für die vielen Stellungnahmen und Auskünfte. Wir alle können das Petitionsrecht noch bekannter machen. Gleichzeitig appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger des Landes, das Petitionsrecht weiterhin aktiv zu nutzen. Der Petitionsausschuss ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Der Petitionsausschuss ist nah an den Menschen und ihren Anliegen. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bürsün. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Katrin Schleenbecker, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Auch in diesem Jahr möchte ich zu Beginn meiner Rede unserer Ausschussvorsitzenden Manuela Ströbe meinen allerherzlichsten Dank aussprechen. Wie bereits gehört, arbeitet der Petitionsausschuss seit einem Jahr auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ganz hervorragend. Es gelingt unserer Vorsitzenden, die Möglichkeiten für Menschen, sich mit ihren Anliegen an den Landtag zu wenden, auch in diesen schwierigen Zeiten noch weiter auszubauen und das Petitionsrecht bekannter zu machen. Konkret wurden, wie bereits angesprochen, Videokonferenzen und digitale runde Tische durchgeführt. Die Sprechstunden für die Bürgerinnen und Bürger wurden um das Angebot von Telefon- und Videogesprächen erweitert und es wurde die bereits gezeigte wirklich schöne Broschüre für Kinder über das Petitionsrecht erstellt. Vielen Dank, Manuela, für die Umsetzung dieser und weiterer Ideen. Gemeinsam mit dem Petitionsreferat und auch der Unterstützung durch den Landtagspräsidenten, dem an dieser Stelle auch mal ein Lob ausgesprochen werden soll, wird die Möglichkeit, eine Petition zu stellen, so immer bekannter gemacht und ich empfehle allen Kolleginnen und Kolleginnen, sich zu überlegen, ob eine Verlinkung auf ihren privaten Webseiten zu unserem neuen Imagefilm des Petitionsausschusses nicht eine interessante Information für die Menschen in ihren Wahlkreisen sein könnte. Und ich finde es nach wie vor bedauerlich, dass im Berichtszeitraum durch die Pandemie viele von unseren schönen Aktionen mit Öffentlichkeitswirksamkeit nicht stattfinden konnten. Ich bin froh, dass das angesprochene Format in Kürze in Angriff genommen wird und kann zurückmelden, es ist nicht nur die Schule unseres aktuellen, sehr engagierten, freiwilligen, soziales Jahrleistenden, sondern auch die Schule, an der Matthias Wagner Schüler gewesen ist, die am Montag ins Planspiel einsteigt. Genau, und dort werden wir das Planspiel, was wir normalerweise im Rahmen des Hessentagsangeboten hätten, in den digitalen Raum übertragen und ich hoffe sehr, dass wir mit den Schülerinnen und Schülerinnen da in einem guten Gespräch sind und das Format ausbauen können. Und wie auch schon im vergangenen Jahr, das ist was, wo demokratische Grundbildung ganz konkret beginnt, wo wir als Abgeordnete mit jungen Menschen ins Gespräch gehen und demokratische Werte und Möglichkeiten setzen. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und auf diesen vielfältigen Wegen können wir hoffentlich in den kommenden Jahren noch mehr junge Menschen erreichen, zeigen, wie Petitionen funktionieren und wie man den Menschen auch ganz konkret helfen kann. Es ist natürlich auch nach wie vor wichtig, dass man immer wieder deutlich macht, dass jeder und jede das Recht hat, eine Petition einzureichen. Und deswegen ist der Bund aus dem Vergangenen ja immer noch so aktuell, dass wir das Petitionsrecht immer wieder nach außen tragen, wie Menschen auf dieses Verfassungsrecht auch hinweisen. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und wie gesagt, ich baue da auf die Unterstützung von allen in diesem Haus. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir so tun sollten, als könnten wir jede Petition positiv bescheiden. Auf das müssen wir als Abgeordnete im Petitionsausschuss auch erstmal erklären, dass der Petitionsausschuss sich weder über Gesetze noch über gerichtliche Entscheidungen hinwegsetzen kann. Aber die Menschen in unserem Land können sich darauf verlassen, dass wir sachlich, intensiv und ernsthaft uns mit ihren Anliegen beschäftigen und versuchen, gute Lösungen für sie und alle Menschen in unserem Land zu finden. Und das ist natürlich die Mehrheit von Fällen, in denen wir, wie bereits angesprochen, aufgrund der Sache und Rechtslage entscheiden und so im Sinne der Petenten nicht unbedingt etwas erreichen. Das ist stellenweise wirklich bedauerlich. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie im Petitionsbericht aufgeführt ist, dass unsere Verwaltungen und Gerichte in der Regel ordentlich und mit Sachverstand arbeiten und es keine Beanstandungen gibt. Ich denke, das ist für die Sicherheit der Bürger, für das Gefühl, dass die Dinge hier in unserem Rechtsstaat ordentlich laufen, auch von elementarer Wichtigkeit. Und zum Abschluss meiner Rede möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Engelhardt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Petitionsreferat, auch bei bereits angesprochenem FSJler und allen Mitarbeitenden in den Ministerien für die freundliche und kompetente Unterstützung bedanken. Denn ohne diese geleistete Zuarbeit, ohne die Vorbereitungen und ohne die vielen Nachfragen, die schnell und unkompliziert beantwortet werden, wäre es uns als Abgeordneten gar nicht möglich, bei einer derartigen Bandbreite von Themen intensiv und komplex oftmals sich da einzuarbeiten und überhaupt der ganzen Sache herzuwerden, gerade bei der angesprochenen Steigerung von nochmals 50 Prozent. Das hat natürlich für jeden einzelnen Abgeordneten und Abgeordnete im Petitionsausschuss im vergangenen Jahr auch eine massive Mehrarbeit bedeutet. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese kompetenten Menschen sozusagen in unserem Rücken haben. Ich bedanke mich ganz herzlich und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Abg. Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst möchte ich mich einmal bei der Ausschussvorsitzenden, Frau Manuela Struber, für die Vorstellung des Berichts über die Arbeit des Petitionsausschusses bedanken. Ebenso danke ich im Rahmen dieser Aussprache Frau Engelhardt sowie den Mitarbeitern des Petitionsreferates für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Der vorgestellte Bericht zeigt uns wieder einmal, wie vielfältig die Anliegen sind, die uns erreichen. Außerdem wandten sich im letzten Jahr deutlich mehr Bürger mit ihren Anliegen an den Landtag bzw. an uns als Abgeordnete. Die eingegangenen Petitionen stiegen, wie Frau Strube bereits ausgeführt hat, um mehr als 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Corona-Pandemie. Viele Bürger haben sich wegen den beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, beispielsweise Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen oder auch von Campingplätzen an uns gewandt. Es gab auch mehrere Sammelpetitionen in diesem Zusammenhang, beispielsweise für mehr Bürgerbeteiligung in der Corona-Krise, für ein Konzept für den Unterricht unter Pandemiebedingungen oder die vollständige Öffnung der Kitas trotz Coronavirus. Zwar kommt es bei einer Petition nicht auf die Menge der Unterstützer an, aber man merkt hier trotzdem, dass es Themen gibt, die viele Menschen gleichermaßen betreffen. Deshalb sollten wir auch mit diesen Anliegen hier im Parlament intensiv beschäftigen, um im Sinne unserer Bürger eine Lösung zu finden. Leider ist dies im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen noch nicht ausreichend geschehen. Hier sollten wir gemeinsam an einem tragbaren Konzept arbeiten. Aber es konnten auch in diesem Jahr wieder viele Petitionen zugunsten der Petenten entschieden werden. Oder den Petenten konnten andere Wege aufgezeigt werden, wie er sein Anliegen erfolgversprechend umsetzen kann. Das zeigt uns, dass das Petitionsrecht eine niederschwellige Möglichkeit darstellt, sich mit seinen Anliegen erfolgreich an die gewählten Volksvertreter zu wenden. Aus diesem Grund sollte es jeder Bürger kennen, und wir sollten und wollen es auch noch bekannter machen. Doch hier hat uns die Corona-Pandemie die Arbeit nicht leicht gemacht. Der direkte persönliche Austausch mit den Bürgern beispielsweise durch den Stand des Petitionsreferates auf dem Hessentag konnte leider nicht stattfinden. Hier haben wir im Jahr zuvor noch viele interessante Gespräche mit den Menschen führen können. Leider wird dies auch im aktuellen Jahr nicht möglich sein, aber wir hoffen, dass sich dies im nächsten Jahr ändern wird. Ein weiterer Schritt, das Petitionsrecht bekannter zu machen, ist der im letzten Jahr produzierte Kurzfilm, der den Ablauf einer Petition anschaulich darstellt. Für dieses gelungene Projekt möchte ich mich allen Beteiligten hier ernstherzig bedanken. Mein Dank gilt auch den Kollegen des Ausschusses für gute, konstruktive Zusammenarbeit, ebenso wie den Mitarbeitern in den Ministerien und in der Landtagsverwaltung, die uns mit ihren ausführlichen Stellungnahmen bei der Bearbeitung der Petitionen unterstützten. Ich hoffe, dass wir diese gute Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen können, um Petitionen im Interesse der hessischen Bürger weiterhin sachlich, konstruktiv und zielführend zu behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bernd Wohl. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Birgit Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte beginnen mit einem herzlichen Dank an unsere Vorsitzende Manuela Strube für die Vorlage des ausführlichen Berichts über die Arbeit des Petitionsausschusses. Im Jahr 2020 verzeichnete der Petitionsausschuss insgesamt 1.421 Petitionseingänge, und das sind gut 50 % mehr als in den Vorjahren. Das zeigt, wie wichtig das Petitionsverfahren gerade in schwierigen Zeiten ist. Aus der unsicheren Situation, die die Pandemie mit sich bringt, entspringen viele Fragen und Probleme. Bürgerinnen und Bürger teilen uns mit den Petitionen ihre Nöte, Sorgen, Probleme und Anliegen mit. Sie öffnen sich und bitten in teils sehr persönlichen Hilfegesuchen um unsere Unterstützung. Der Charakter der Anliegen ist dabei sehr divers. Es geht um Probleme mit Behördenbescheiden, es geht um Unterstützung für Kultureinrichtungen, auch um Lärmschutz, um aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten. Auch Initiativen zur Erhaltung von Sportstätten oder zur Öffnung von Tiergärten und Musikschulen sind dabei. Die Anliegen sind dabei so vielfältig wie die Menschen in unserem Land. Jeder von Ihnen kann eine Petition einreichen. Dafür müssen übrigens keine Unterschriften gesammelt oder private Onlineportale bemüht werden. Wir als CDU-Fraktion stehen für ein parlamentarisches Petitionswesen. Jede Petition an den Hessischen Landtag wird fair und wohlwollend behandelt, egal ob sie von einer Person oder von Hundert oder von Tausenden unterzeichnet wird. Die individuelle Befassung mit den einzelnen Sachverhalten und Anliegen ist auch der große Unterschied zu den privaten Plattformen. Die steigenden Petitionseingänge zeigen, dass Petitionen von den Bürgerinnen und Bürgern als probates Mittel empfunden werden, um sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Das, finde ich, ist auch ein indirektes Lob für die Arbeit des Petitionsausschusses, denn es drückt Vertrauen aus. Unser Anspruch ist es, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Deswegen setzen wir uns für eine sachgerechte und zügige Behandlung aller Anliegen ein. Der Petitionsausschuss darf selbstverständlich keine Gerichtsurteile aufheben oder sich über geltendes Recht hinwegsetzen. Er kann aber sehr wohl bei der Vermittlung und Kompromissfindung helfen, Kontakte herstellen, auf Probleme aufmerksam machen und an der Erarbeitung pragmatischer Lösungen und Ideen mitwirken. Auf diese Art und Weise schaffen wir es, auch komplexe oder festgefahrene Sachverhalte schlussendlich für viele Beteiligten auch zufriedenstellend zu lösen. Das ist das Ergebnis von Ortsterminen und vielen Gesprächen mit Petenten und Behörden. Petitionsarbeit ist zeitintensiv, mit großem Aufwand verbunden, aber sie lohnt sich. Bürgernähe und persönliche Kontakte, die üblicherweise zum Werkzeugkasten der Petitionsarbeit gehören, sind leider in der Pandemie nur eingeschränkt nutzbar gewesen. Da bin ich Manuela Strube sehr dankbar für die Darstellung der Instrumente, die dabei entwickelt wurden, um trotzdem mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Wir hoffen natürlich, dass wir bald auch zu einem Regelbetrieb zurückkehren können. Parallel, es wurde schon erwähnt, wird demnächst ein Petitionsgesetz eingebracht, was wir in mehreren konstruktiven Runden gemeinsam diskutiert und besprochen haben. Der gerade erwähnte Knackpunkt wird noch zu knacken sein, da bin ich mir sehr sicher, und dann werden wir ein gutes Gesetz gemeinsam auf den Weg bringen. So bleibt das Petitionsrecht auch zukünftig eine zentrale Säule von Demokratie und Partizipation in Hessen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich abschließend bedanken. Die Arbeit im Petitionsausschuss läuft über Parteigrenzen hinweg kollegial, rechtsstaatlich und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ab. Wir sind nicht immer einer Meinung, und es gibt auch immer mal intensive Diskussionen, aber am Ende steht für uns alle stets die Verantwortung gegenüber dem Petenten. Und das ist es, was uns eint. Ich danke daher insbesondere Frau Strube für die gute Sitzungsleitung und den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Und ich danke sehr herzlich den Ministerien, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten und deren Mitarbeiter für die Unterstützung bei den verschiedensten Sachverhalten. Und mein größter Dank gilt natürlich insbesondere den Mitarbeitern des Petitionsreferates unter der Leitung von Daniela Engelhardt. Durch ihre unermüdliche Arbeit bringen sie tagtäglich Ordnung in die unzähligen Petitionen und standen uns auch im vergangenen Jahr sicherlich in einem nicht einfachen Jahr mit Rat und Tat zur Seite, stets freundlich, engagiert und fachkompetent. Sie haben einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Petitionsarbeit in Hessen. Dafür herzlichen Dank und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Birgit Heitland. Das spricht nun der Kollege Oliver Ullott, SPD-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch die SPD-Fraktion schließt sich natürlich dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien an, dem Dank an Frau Engelhardt und ihr Team im Petitionsreferat und natürlich auch unserer Vorsitzenden Manuela Strube. Sie alle leisten eine wertvolle Arbeit für uns und den Hessischen Landtag. Eine Petition einzureichen, ist das Recht der und des Einzelnen, sich direkt an unser Haus zu richten. Das passiert im Schnitt 1.000 Mal pro Jahr, mal mehr, mal weniger. Und dann kam Corona. Wir haben es bereits gehört, gesamtgesellschaftlich hat Corona eigentlich alles auf den Kopf gestellt und das gilt natürlich auch für den Petitionsausschuss. Wir haben das vor allem daran gemerkt, dass die Zahl der Petitionen eben erheblich gestiegen ist. Wir reden mittlerweile von 1.421 Petitionen. Es ist gesagt worden, es ist eine Steigerung von knapp über 50 Prozent. Im Vorjahr waren es 944 Petitionen. Und wenn man diese aufteilt auf die 17 Abgeordneten, die im Petitionsausschuss aktiv sind und das durchschnittlich also auf die Berichterstatterinnen und Berichterstatter teilt, reden wir von 83,5 Petitionen in diesem einen Jahr, die wir zu bearbeiten hatten. Dazu kommen natürlich noch Petitionen aus den Vorjahren. Und das ist eine erhebliche Zahl, denn das sind 83,5 Petitionen, für die wir im Einzelnen die Aufgabe haben, uns um das Petitum der Petentinnen und Petenten zu kümmern. Man darf an dieser Stelle sicherlich sagen, und das mache ich hier immer wieder gerne in dem Moment, dass es sicherlich keinen anderen Bereich gibt, in dem ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete so unmittelbar an dem dran ist, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Diejenigen, die sich mit ihren Eingaben an uns wenden, setzen darauf, dass wir uns um ihre Belange kümmern. Und dass dabei nicht immer das Ziel erreicht wird, dass die Petition erfolgreich abgeschlossen wird, das wurde gesagt. Aber wir, die da aktiv sind, wissen, dass es auch nicht immer nur darum geht, sondern es geht vielen auch letztendlich darum, dass ihr Anliegen gewissenhaft überprüft wird. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns widmen. Ein Dank gilt daher auch von unserer Fraktion an die Kolleginnen und Kollegen, die sich dieser Aufgabe hier im Haus widmen. Auch, dass das in kollegialer und guter, sachorientierter Zusammenarbeit über die Parteifrenzen hinweg stattfindet. Und das ist ein wirklicher Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger. Apropos Gewinn. 50 Petitionen wurden im vergangenen Jahr positiv. 113 teilweise positiv abgeschlossen. Das bedeutet, dass wir einen Anteil von ca. 17 % erreicht haben, die in dieser Weise abgeschlossen werden. Das ist eine Steigerung um 5 Prozentpunkte. Das ist schon bemerkenswert und darf an der Stelle deshalb auch mal erwähnt werden. Nun noch ein paar Sätze zur Zusammenarbeit und Arbeitsweise des Petitionsausschusses. Also unsere Ausschussvorsitzende hat es eben sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihr das Ganze ist, dass wir modern und sichtbar arbeiten. Und wir gehen zum Glück alle diesen Weg mit. Das hat sie auch an diesen zwei Broschüren hier vorhin deutlich gemacht, die wirklich sehr ansprechend sind, nicht nur optisch, sondern inhaltlich. Und ich glaube, dass es viele auch dazu bewegt, die Hürde zu nehmen, tatsächlich eine Petition einzureichen. Doch auch in der Frage der Modernität ist auch schon angedeutet worden, hat die Corona-Pandemie ihren Beitrag geleistet. Unsere runden Tische, unsere Ortstermine, teilweise die Sprechstunden sind in der analogen Form ausgefallen. Das hat dazu geführt, dass wir nicht an der Stelle stehen geblieben sind, sondern wir haben reagiert und haben diese Formate, soweit es denn möglich ist, auf digitale Formate umgestellt. Und das ist sicherlich ein richtiger Weg. Also auch ungeplante Modernisierungsprozesse führen wir durch. Und wir freuen uns natürlich auch auf kommenden Montag, wenn wir dann gemeinsam mit der Philipp-Reiß-Schule auch im digitalen Format erstmals das Planspiel an einer Schule durchführen. Ich komme zum Schluss. Und der Punkt ist noch einmal wichtig. Im letzten Petitionsbericht habe ich darum gebeten, gerade die beiden Koalitionsfraktionen, dass es schön wäre, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, ein Petitionsgesetz für Hessen auf den Weg zu bringen. Und ich bin wirklich dankbar, dass das tatsächlich im Moment, wie es auch schon angedeutet worden ist, stattfindet. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Weg ist, den wir einschlagen, auch nach draußen, dass man das sieht. Und wir an dieser Stelle tatsächlich sagen können, dass dieses Gesetz nicht nur auf breite Schultern gestellt wird, sondern auch inhaltlich davon profitiert. In diesem Sinne herzlichen Dank dafür und alles Gute für die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Kollege Ulloth. Für die Fraktion DIE LINKE würde eigentlich die Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz zu diesem Thema sprechen. Sie ist aber kurzfristig erkrankt und wird deshalb ihre Rede zum Protokoll geben. Ich nehme an, da haben wir nichts dagegen. Dann machen wir das so. Und jetzt hat das Wort der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Modern und sichtbar, habe ich gerade gelernt, möchte, Frau Struwe, der Petitionsausschuss agieren. Ich glaube, bei dem, was Sie hier vorgetragen haben, was Sie gezeigt haben und was die Kolleginnen und Kollegen auch an Wertschätzung insgesamt über die Arbeit hier vorgetragen haben, ist Ihnen insgesamt dem Ausschuss sehr schön und sehr gut gelungen. Ich will mich sehr herzlich bedanken. Es sind 17 Kolleginnen und Kollegen hier des Hessischen Landtags, die für 137 dem Verfassungsrecht der Bürgerinnen und Bürger sich direkt und unmittelbar an ihre Abgeordneten zu wenden, Geltung verschaffen. Und deswegen will ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit für den gesamten Landtag leisten, sehr herzlich bedanken. Nun habe ich Gelegenheit, auch ein bisschen zurückzublicken über das, was der Petitionsausschuss in den letzten über 20 Jahren so geleistet hat und zwischen den Dingen, die man eher wahrscheinlich, wie die Abgeordneten und Kollegen, auch eher als üblich betrachten. Aha, da kommt wieder eine Petition aus diesem Bereich oder aus jenem Bereich. Es sind eben auch ein paar dabei. Man kann es auch im Bericht nachlesen, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Und auch dafür ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich in die abseitigsten, das muss man ja wirklich sagen, Rechtsgebiete dann auch mit einfinden müssen, um dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dann auch wirklich Rechnung zu tragen. Ich habe mich bei Ihnen bedankt. Ich will mich auf der anderen Seite natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung bedanken, die Ihnen versuchen zuzuarbeiten. Wir haben dort das Janier, wenn man so sagen will, das Petitionsreferat, was von Frau Engelhardt geführt wird und die ja auch schon den Dank sozusagen der Kollegen mit empfangen hat. Ich will das für die Landesregierung auch sagen. Also über dieses Janier wird in die hessische Landesverwaltung dann das Anliegen der Bürgerinnen und Bürger übertragen. Wir sind dann, wenn ich das mal so sagen darf, in der Not in Anführungsstrichen das zu rechtfertigen, was Verwaltung an irgendeiner Stelle im Lande mal festgelegt hat und wogegen sich dann möglicherweise eine Bürgerin und ein Bürger dann auch fährt. Und wir versuchen seitens der Landesregierung, und da bin ich den Kolleginnen und Kollegen aus allen Häusern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, natürlich selbstkritisch zu reflektieren, ist das, was dort mal irgendwo entschieden worden ist, denn auf Basis von Recht und Gesetz das Richtige oder muss das irgendwie oder kann das irgendwie, das Ermessen möglicherweise auch in einer anderen Form ausgeübt werden. Und insofern ein herzliches Dankeschön, wie gesagt, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Landesverwaltung, die Ihnen, den Abgeordneten im Petitionsausschuss, entsprechend zuarbeiten. Sie haben sich viel vorgenommen, wenn ich das richtig weiß, die Rechtsgrundlagen ein bisschen noch zu stabilisieren durch ein eigenes Gesetz. Ich will Ihnen zurufen, dass wir seitens der Hessischen Landesregierung Ihnen natürlich dabei, soweit Sie das wünschen, entsprechende Unterstützung auch zuteilwerden lassen. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen, die für uns dafür Sorge tragen, dass die Petitionen, die von den Bürgerinnen und Bürgern kommen, dann auch geordnet und richtig sozusagen nachhaltig abgearbeitet werden. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Beratung zum Punkt 11. Vielen Dank.